WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das ist eine große Herausforderung. Ich bin dein Mann. Du wirst du schade und schädigst deinem Mann für einen Mann ohne Namen, der du deinen und schraubst in die Gutter zu schraubst. Ich will sehr, 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 sehr. Wo ist dein Recht? Ich habe alle Recht. Das du niemals hast. Nicht, bis du dich auszutzen, den ganzen Welt, als die above und die below, und beginnend zu sehen, wie die Menschen, wie die Menschen. Menschen, die denken und fühlen, nicht mehr oder weniger als du. Ich weiß, dass eine Frau in Belsize, die wartet, um deine Frau zu sein. Ich habe eine Ambitious-Aunt in Belsize, die, wie du, die Wealth und Reputation sind alles, die Leben aufzunehmen, und sie lieben Liebe, als wenn es der Teufel ist. Love! You claim love! Yes! Yes! Ich liebe sie! Ich liebe sie mit jeder Atme. Oh, John. You do not deserve this. Captain Sir John Lindsay would never have behaved like this. Captain Sir John Lindsay would never have behaved like this because Captain Sir John Lindsay was never here. You are destroying your possibilities with the only gentleman who will consider you. Is that what you want? I want to leave. I really Kellies. etiens. If you've lost head around the front... ... on top of the front.